Smarana, ihr Lieben, Smarana, herzlich willkommen. Tja, heute geht es um den Aufstieg. Wie wird der Aufstieg sein? Wie wird er werden? Und das ist jetzt schon das Thema seit einem ganzen Tag. Die geistige Welt möchte einfach, dass ich mit euch darüber nochmal klar im Klartext spreche. Denn die geistige Welt spürt, dass es ziemlich viel Verwirrung gibt und die Menschen so durcheinander sind einfach. Also ich versuche das, soweit ich kann, euch zu erklären, soweit man es vorher sagen kann, soweit die geistige Welt mir die Bilder zeigt, die wichtig sind. Und ich bin echt selbst gespannt, weil ich kenne ja viele Vorhersagen von früher, die stimmen alle nicht mehr so richtig. Ja, warum stimmen die jetzt nicht? Weil sich die Zeit einfach verändert, weil sich die Zeitqualität, die steht ja nicht still, sondern die ist laufend in Energie, ist lebendig und die lebt und die passt sich an und ist immer wieder anders. Und deswegen muss man da nochmal neu hinschauen. Vor allen Dingen, weil wir ja jetzt gerade in der Aufstiegsphase sind, also wir sind noch nicht in der Aufstiegsphase. Das kommt erst noch. Ja, wie wird der Aufstieg? Wie wird dieser Moment von der Übergangsphase zum Aufstieg? Diese kleine Zeitspanne, das ist es, wo ich jetzt heute mal versuche, Botschaften von der geistigen Welt zu bekommen, wie das sein wird. Und vorher gehe ich erst nochmal auf das ein, was vorher gesagt wurde und danach machen wir dann das Channeling zusammen. Also es wurde ja gesagt, durch die Corona-Wellen, die es bisher gab und die vielleicht noch kommen, das kommt jetzt auch so darauf an, wie das Kollektiv, welche Ausstrahlung das Kollektiv hat. Da gehe ich aber in einem anderen Video nochmal drauf ein. Also durch diese Probleme, gesellschaftlichen Probleme in Anführungsstrichen, das sind ja tolle Veränderungen, wir wollen es sehr positiv betrachten, die uns die Möglichkeit geben, das Negative und Schlechte hinter uns zu lassen. Dadurch entsteht sehr viel Angst, geschürt durch die Medien, durch die negative Seite, durch die andere Machtseite und aus dieser Angst wird irgendwann diese Wut, das hatte ich schon mal erklärt. Die Kraft dieser Wut, die bringt die Menschen an einen Tiefpunkt, die noch nicht erwacht sind, wohlgemerkt, an einen ganz großen Tiefpunkt und aus diesem Tiefpunkt können sie in das Erwachen gehen. Das ist sehr individuell von Mensch zu Mensch. Und in dem Moment werden auch für diese Menschen die Lichttore, die Lichtsäulen sichtbar und fühlbar. Es wurde gefragt, wie nehme ich denn jetzt so eine Lichtsäule wahr? Das kann man nicht beschreiben, das ist einfach dieses Gefühl, was entsteht, wenn du plötzlich entdeckst, wenn du am Erwachen bist, wenn du plötzlich entdeckst, dass es ja noch viel mehr im Leben gibt, dass das jetzt das Leid oder dieser Druck, den du durchmachst, wo du denkst, du kannst nicht mehr existieren, wo du denkst, es bricht alles zusammen. Also so einen Moment stellt euch vor, es ist ein ganz, ganz, ganz schlimmer Moment. Und dann kommt plötzlich dieser Lichtblick und du weißt, jawohl, ich gehe jetzt den anderen Weg, ich wende mich dem Licht zu und in dem Moment zeigen sich die persönlichen Lichttore, die Lichtsäulen, wo du hindurchgeführt wirst von deiner Seele. Das geschieht dann durch die Impulse, die du bekommst und durch deine Entscheidung, das dadurch zu gehen. Das ist das, was ich in Zusammenhang bringen wollte mit den Aussagen der Lichtsäulen und der Wut. Also das sind ja auch jetzt alles nur Bilder. Diese Wut ist ein Bild von einer ganz großen Verzweiflung, von einem, in einem Lebensabschnitt, wo du echt ganz unten bist und nicht mehr weiter weißt. Das kann jetzt nicht nur durch die Corona-Krise hervorgerufen werden, sondern das kann auch durch andere Ereignisse früher in deinem Leben schon eingetreten sein. Dieser große Impuls, dieser große Schub zum Erwachen, zur Ausrichtung, zur Neuausrichtung auf das Licht. Das sind also die Dinge, die jeden Menschen ereilen werden und dann kommt es darauf an, wie sich der Mensch entscheidet. Der freie Wille ist immer noch da, der wird auch bleiben und in dem Moment kann man sich also entscheiden, durch die Lichttore zu gehen oder in der Verzweiflung und in der Leidensphase hängen zu bleiben. Das muss man sich, darüber muss man oder sollte man sich klar werden. Eine Leidensphase ist ein Werkzeug der Gegenseite. Die Leidensphase bringt dich ja sehr ins Negative und hält dich da fest. Und all diese Dinge sind Machtwerkzeuge der Gegenseite. Und für keinen Menschen ist es vorgesehen zu leiden. Das entspricht nicht dem göttlichen Plan. Das entspricht überhaupt nicht dem göttlichen Plan. Aber es ist der Plan der Gegenseite. Lasst die Menschen leiden, macht sie unterwürfig, lasst sie nur noch konsumieren. Und diese Dinge eben, diese passiven Dinge, lasst sie nicht mehr denken, sondern wir steuern sie. Also das sind alles Dinge des Plans der Gegenseite. Und wer sich mit der höheren Wahrnehmung beschäftigt, also mit der Ausdehnung des Geistes, mit der Ausdehnung des Lichtkörpers, mit dem engen Seelenkontakt, der bekommt ja den Kontakt dann zur geistigen Welt. Oder wer sich schulen lässt in Webinaren, Seminaren, bei dem wird ja ganz viel in der Seele gearbeitet. Und in dem Moment bist du raus aus dieser Beeinflussung vom Kollektiv, vom System. Und darum geht es einfach, dass wir alle in die höhere Wahrnehmung kommen und dadurch in unserem Inneren gesichert sind, also ausgeglichen und stark sind. Denn wir wissen, dass diese ganz große Angstmacherei, dass diese Beeinflussung uns nicht mehr erreichen kann. Und dieses uns nicht mehr erreichen kann, das sind so die Schritte, die wir gehen um und uns führen lassen. Das sind so Schritte ins Erwachen. Habt ihr schon mein schönes Hintergrundbild gesehen? Ja, habt ihr schon, ich weiß. Ich fand es so passend jetzt, wenn das Licht dann auf der Erde ist und immer noch mehr hoch steigt, sich verbindet mit dem Licht des Universums, dann entsteht so eine wundervolle Aura der Erde. Die Erde hat ja sowieso eine blaue Aura. Und wir sind dann da mittendrin und wir fühlen uns total wohl und glücklich. Wir sind dann, wenn der Aufstieg vollzogen wurde, wenn wir also durch diese Lichttore gegangen sind, in der anderen Dimension. Wir leben dann auch auf der Erde, aber in der anderen Dimension. Die Menschen, die hängen geblieben sind, die also nicht aus der Leidensphase herausgegangen sind, die bleiben in der unteren Dimension auch auf der Erde, aber man sieht es und trifft sich nicht. So sind die Bilder, die jetzt da kommen. Und man kann als Lichtarbeiter bewusst dann in die unteren Dimensionen wohl hineingehen und Kontakte pflegen, aber es ist für die, die unten sind, die brauchen einfach eine Hilfe, um dann auch noch nachträglich zu kommen. Das ist möglich. Aber es ist wirklich tatsächlich die freie Entscheidung eines jeden einzelnen Menschen. Jetzt fragt ihr sich ja, wann wird das soweit sein? Diese Zeitfragen sind sehr schwer zu beantworten. Es war ja, es wurde ja mal gesagt, 31.12.2012. Jetzt wird gesagt, 31.12.2021, weil die 2 und die 1, die wurden damals vertauscht, hat nicht gestimmt und so weiter. Man kann dafür kein zuverlässiges Datum festlegen, weil die Energien sich ständig anpassen an die Gedanken des Kollektivs. Also das Kollektiv sind alle Menschen auf der Erde. Und das, was die denken, das ist ja jeder Gedanke, ist ja Energie. Und das, was da gedacht wird, ist eine große energetische Kraft. Und je nachdem, wie viele Menschen leiden und je nachdem, wie viele Menschen schon in den höheren Dimensionen der Liebe sind und in der Liebe denken, ist das Schwergewicht auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Und je nachdem, wie schnell die Menschen ins Erwachen kommen, wie tief die Corona-Krise jetzt die Menschen reinbringt oder ob noch mehr Krisen nötig sind. Alles ist möglich. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, es ist jetzt in drei Wochen soweit. Da würde ich mich davon distanzieren, so eine genaue Aussage zu machen, weil die kann man nicht treffen. Diese Daten sind wohl mal vom Mayer-Kalender oder so, schon haben eine wichtige Qualität, aber so starr ist das System nicht. Und gerade wenn es mit der geistlichen Welt zusammenhängt, gibt es ja diese Zeit nicht. Und dann kann man das auch nicht an so einem Moment festmachen. Das ist jetzt meine Wahrheit, mein Empfinden. Ihr müsst es für euch prüfen, was das mit euch macht, wie ihr dazu steht, ob das für euch auch gültig ist. Ich wollte es euch jetzt nur mal so erklären, wie ich das also immer empfinde. Ja, und jetzt hören wir die geistliche Welt zu diesem Thema. Wie wird der Aufstieg sein? Und ich bin so gespannt, was gesagt wird. Oh Gott, und ich bin total aufgeregt. Ja, jetzt sprühe ich mich aber erst mal ein mit der Fülle, mit der Fülle, dass ganz viel Energie durch mich durchfließen kann. und mit Smarana. Smarana. So. Euer. Ich begrüße jeden Einzelnen von euch. Ich begrüße das hohe Licht in dir und ich begrüße das hohe Licht in mir und ich begrüße das hohe Licht der geistigen Welt. Und ich bitte um den Raum des Schutzes für uns alle, so dass wir die reinsten Botschaften der höchsten göttlichen Liebe jetzt und heute in diesem Moment empfangen dürfen. So öffne ich jetzt meinen Kanal und ich rufe die Lichter der weißen Bruderschaft herbei. Ich rufe die Lichter und die Liebe der weißen Wesen der Bruderschaft. Und diese Energie zieht jetzt, sie zieht jetzt ein hier in diesen Raum und bei dir zu Hause. Deine Räumlichkeiten füllen sich mit der vollkommenen göttlichen Liebe der weißen Bruderschaft. Es ist ein erhebendes Gefühl zu wissen, dass wir alle jetzt verbunden sind, tief verbunden mit den Dimensionen der Liebe, der weißen Bruderschaft. und ich bitte um die Botschaft, um eure Worte, die uns verstehen lassen, was geschehen wird, wenn es soweit ist. Von dem Moment des Übergangs in die neue Zeit. Geliebte Menschen, geliebte Lichtarbeiter, geliebte Seelen, die ihr hier heute versammelt seid. Wir senden euch tiefste Liebe und wir senden euch Hoffnung und Kraft. Die Energien werden von uns ständig beobachtet. Alles, was auf der Erde geschieht, wird von uns notiert und in der Akasha-Chronik der Erde festgehalten. Wir achten darauf, dass es, soweit es möglich ist, alles in Harmonie mit dem göttlichen Plan geschieht. Es ist die große bedingungslose Liebe, welche dich gerne leiten möchte durch diese aufregende Zeit. Und so raten wir dir, vertraue der Liebe, vertraue dem Licht, denn dann können wir für dich da sein. Sobald du spürst, dass sich alles verändern wird auf der Erde, dass alle alten Strukturen plötzlich sich verändern und in sich zusammenfallen. Dies können sein Strukturen der Wirtschaft, der Politik und der Erde. Das heißt, die Erde kann selbst auch durch Unwetter und durch heftige Einströmungen der Energie dich etwas in Verwirrung bringen. Wie stark diese Einwirkungen sein werden, hängt wirklich von jedem einzelnen Menschen ab. Deswegen sagen wir zu dir, vertraue dem Licht und der Liebe, vertraue uns, wir sind bei dir. Umso mehr Vertrauen entsteht, umso weniger heftig wird der Übergang sein. Du wirst auf jeden Fall in deinem Inneren spüren, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist. Diese Impulse kommen von deiner Seele und sie, die Seelen, sie sind mit uns verbunden. und wenn es soweit ist, spürst du diesen Impuls. In diesem Moment gehe in dein Herz, gehe in deine Mitte, richte dich über die Liebe aus und verbinde dich mit uns, der Weisenbruderschaft. In dem Moment reichen wir dir schützend unsere Hände und führen dich durch das Tor hindurch, durch das Tor in die neue Zeit. Und zwar führen wir dich dahin zu all diesen Dingen, welche du dir manifestiert hast. Wir führen dich dorthin, wo diese Dinge manifestiert sind, welche alle Menschen gleichzeitig manifestiert haben. Deswegen ist jeder einzelne Mensch sehr wichtig. Jeder Gedanke, jedes einzelnen Menschen kreiert die neue Welt, die neue Erde. Und sobald du durch dieses Tor gegangen bist, verlässt du die Dualität. Du gehst hinein in die Glückseligkeit. Du gehst hinein in die Dimension, wo alles in Liebe geschieht. Wir werden dich empfangen. Und das, was auf der Erde geschieht, für die Menschen, für diejenigen, die sich nicht entscheiden, mitzugehen, wird sehr schwer sein. Es wird nicht leicht zu ertragen sein. Wir empfehlen dir, dies zu akzeptieren. Denn es wird auch für die Zurückgebliebenen immer wieder die Möglichkeit geben, nachzukommen. Und so ist es dein Weg, denn du bist wenn du diesen Impuls fühlst, bereit, diesen Schritt zu gehen. Und es ist immer deine Entscheidung zu gehen. Spreche mit deinen liebsten Menschen in dem Moment, wo der Impuls kommt, denn du hast noch genügend Zeit. du kannst in diesem Moment, wo der Impuls kommt, zu deinen Liebsten sagen, du kannst sie fragen, ob sie mitgehen möchten. Und mit Sicherheit werden sich allein durch deine Frage viele Menschen noch entscheiden, mitzugehen. und so weißt du, dass du keine Angst zu haben brauchst, sondern dass du vertrauen darfst, denn eine jede Seele hat den freien Willen zu entscheiden, zu welchem Zeitpunkt sie in die neue Zeit gehen möchte. und jede Seele ist einzigartig und der Lebensweg jeder Seele ist ein anderer. Und so wirst du nachdem du diesem Impuls gefolgt bist die Seelen treffen, welche für dich wichtig sind und du wirst so ein Glücksgefühl empfangen, fühlen, haben, wie du es noch nie zuvor gekannt hast. Denn es wartet dort deine Seelenfamilie auf dich, die Mitglieder, welche sich zuvor besprochen hatten, sich da zu treffen, wenn sich alles ändert. Und aus dieser großen Kraft deiner persönlichen Seelenfamilie wird so ein riesiges Feld der Liebe entstehen, der Liebe und des Lichtes. Und dieses Feld könnt ihr gemeinsam auf die Erde zu den Menschen senden, welche sich noch nicht entschlossen haben, mitzukommen, welche noch in der Leidensphase sind. Und über dieses Feld könnt ihr mit den Menschen sprechen, die euch wichtig sind, von denen ihr euch wünscht, dass sie auch zu euch kommen. Ihr seht also, alles ist möglich, alles was in der Liebe geschieht, wird die Kraft der Wunder herbeirufen. Alles was in Licht und Liebe geschieht, ist in Harmonie mit dem göttlichen Plan und du, du bist ein Teil von diesem göttlichen Plan und so verabschieden wir uns jetzt voller Liebe von dir gesegnet ist dein Licht gesegnet ist deine Seele Smarana. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. auf jeden Fall finde ich es unheimlich beruhigend, unheimlich schön und was ich jetzt so für mich weiß, ist, dass uns im Grunde genommen gar nichts passieren kann. Und ich denke, ihr habt das auch so verstanden und ich danke der Weißen Bruderschaft für diese Botschaft, für die wertvollen Erkenntnisse und für das Vertrauen, was jetzt dadurch entstanden ist. Und ich danke euch, dass ihr zugehört habt, denn jetzt tragt ihr auch dieses Vertrauen in euch und ihr wisst, es wird alles gut. Und wir gehen da durch, wann auch immer das so sein wird. Und wir haben es in der Hand, wir können mit unseren Gedanken die Geschehnisse steuern. Das ist das ganz Wichtige, aber das wisst ihr ja. dann sage ich jetzt einfach alles Liebe für euch. Ich hab euch so lieb. Habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Video. Bis dann. an.